Musik Musik Schau mal, vielleicht kann ich von Fullscreen weggehen, das wäre super. Ja, schön ist anders, aber so ist es, ne? Okay, ich komme trotzdem nicht raus, dann bringt mir das Fullscreen halt auch nichts, ne? Okay. Passt, passt, gehen wir zurück. General. Achso, das ist quasi festgelegt dadurch, dass ich heißt habe. Achso. Wieso ist das? Wieso ist das um 90 Grad gedreht? Okay, Language sollte eigentlich passen, English for Captions passt schon. Ähm... Äh... Ich wüsste jetzt nicht irgendwie, was das ist. Äh... Vielleicht irgendwie ein Beispiel? Ja, dann... Äh... Achso, ne, dann, äh... Apply. Ja. Probier das einfach mal aus. Controls. Ja. Run the shift. Äh, ich hoffe, die sagen mir das später nochmal, weil alles auf einmal ist immer so ein bisschen doof. Ja, nein... Doch. Alles gut. Continue. Ich kann continue. Start trotzdem mal von vorne. Ich kann noch mal von vorne. Hm. Kann ich springen? Ja, ja, ja. Lass mich doch gucken. Ich kann wenigstens versuchen, hier rauszukommen. Okay, aber solange man nicht springen kann, ist es natürlich ein bisschen schwierig dann. Okay, ist das ein Walking Simulator? Bin mir noch nicht sicher. Ich spiele die immer blind, die Spiele. Deshalb lassen wir uns mal überraschen. Okay, hallo. Da ist offen. Das ist Wachs, ja? Ja, nehm ich mit. Bestimmt kein Problem. Das ist bestimmt kein Problem. Ist das das selben Liquid? Äh, Liquid. Liquid? Aber von was? The same as what? Also auf dem, ach vielleicht auf dem Log? Mhm. Hm. Oh. Ich denke mal, dass ich sowieso nur das anklicken kann, was mir als X markiert wird. Oder generell markiert wird. Ich denke mal, der ist jetzt nicht so gut, dass ich das anklicken kann, dass ich das anklicken kann. Mhm. Okay. Ich denke mal, der Erzähler ist... bin ich? Was ist das? Ja. Oh wow. Wohin ist es wegs? What the fuck? War das? Äh, Box, Flower... Die Flower Bowl... Äh... Complete Machinery... Take a look... Wenn das so... Das ist ja unangenehm auf den Augen, wenn das so unscharf ist am Rand, aber der Text liegt da drüber. Aha, aha... Okay, Grinding Grains... Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zu ungeduldig... ...für, ähm... ...den Textfaden. Das dauert mir einfach alles viel zu lange. Heißt das, ich kann... Kann ich das... Ne, kann ich nicht. Das weiß ich natürlich nicht, weil ich... Habe ich irgendwie ein Inventar oder sowas? Warte mal, geh mal in die Settings... Controls... Interaction Run Holds... Zoom... Aber kein Inventar oder sowas... Mhhh... Schade. Sehr schade. Ich kann damit aber jetzt nicht. Aha... Machinery... Äh... Hier habe ich auch nur diese drei Dinger... Oh, hier fehlt was. Was für ne Figurin? Das ist Varrox. Mhm. Da... Oh, hi. Oh, das könnte gut sein. Look what I've got for you. What have you done? I destroyed the wreath because of you. What? Da vorne. Da vorne. Mhm. Okay. Bei Nadimir... Nadimir ist wahrscheinlich dann der andere Typ, der sich dachte, ich schenke dieser Person etwas, was irgendwie zwei Meter weiter liegt. Kann ich damit doch irgendwas tun? Achso. Verdammt, jetzt darf ich mal... Kann ich das kippen? Verdammt. Was steht das auch auf dem Boden? Aber der ist halt auch voll der Held und läuft da komplett rein, ne? Okay, das habe ich schon... Kann ich... Verdammt, darf ich da auch nicht durch? Ich wollte eigentlich am Haus vorbei, aber... Mhm, wüsste ich. Ich will mir das anschauen. Stick. Das ist ein Blümchen drauf und... Die Verzierung da oben. Okay. Ich bin mir immer noch nicht sicher, was das macht. So. Reinkomme ich aber, glaube ich, auch nicht. Was ist das? Burn table. Burn table. Aber hier ist halt sonst nichts burnt. Ah, did someone... something fall here. Ja, was hier... äh? Burn table. Burn table before, after burning. Ist das wichtig? Also, der muss halt auf jeden Fall woanders verbrannt sein, weil... Wenn ich mir das hier um... äh... anders so... ne? Drum rum anschaue, da ist ja nichts verbrannt. Also, nicht mal ansatzweise. Ich... Ich... Mh, naja. Block'n'Chunk. Da ist doch wahrscheinlich was runtergedingst? Runtergefallen? Rollen, gerollt? Oder... A groove. Mhm. Das wäre ja quasi die gleiche Situation. Komme ich hier irgendwie ans Haus noch ran? Stimmt, ich darf ja nicht springen. Nein, aber ich will da lang. Hm, hm, hm. Okay. Ich geh mal weiter. Ich hab jetzt nicht das Gefühl, dass mir die Stelle da... Irgendwie hilft. Komme ich hier lang? Okay. Nee, kann ich nicht. Hm? Jo. Bin mir nicht sicher, ob ich damit zurücklaufen muss, oder? Okay, da ist sowieso Ende. Hätte hier eine Brücke sein sollen, oder ist das... Nee, da unten ist ein Weg. Das heißt, der Weg ist hier einfach vorbei. Okay. Dann kann ich ja damit wahrscheinlich diese Maschinerie vervollständigen, nehme ich mal an. Ja. Aber dieser verbrannte Tisch ist ja irgendwie ein bisschen... bisschen weird. Nice. Aber was fehlt denn da jetzt? Künstlich, ja? Nice. Oh. Ah. Okay. So. Nice. Das ist sehr, sehr stabiles, äh, Mehl. Find ich gut. Ah, yes. Put it back. Äh. A faith path. Guck mal. Das sehen wir dann. Äh, okay. Das heißt, ich hab jetzt da... ...ein weniger. Mhm. Das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwie die Wege, wo das... ...der Rauch hinführt. Oh, okay. Ähm. Wo? Okay. Hm. Okay, da fehlt noch einer. Wieso ist hier so viel... ...roter Wachs? Natürlich roter Wachs, kein, kein Blut. Hm. Ich geh mal raus, wo er herkam. Reliquid. Mhm. Ah ja. Noch so'n Ding. Was hat denn der damit gemacht? Bitte. Will ich das wissen? Ich mein, vielleicht... ...will genau deshalb, äh, alles... ... ihn von der, von der jungen Dame fernhalten. Weil... ... es ist einfach klar, dass er irgendwas Böses gemacht hat oder sowas. Wer weiß. Mhm. Vor allem hat er ja halt auch rote Hände. Ja, vielleicht hat er auch einfach ein Hühnchen geschlachtet. Was der fuck? Oh mein. Oh mein. Oh mein. What the fuck? Äh. Äh. Hm. Ja, wahrscheinlich. Ich mein, der hat halt auch... ...da drinnen gleich noch mehr gekriegt, ne? Also da war sein ganzes, sein ganzer vorderer Teil, so vom Oberteil... ...viel, viel mehr bedeckt. Aber wieso? Was hat denn der hier drin gemacht? Hat er was getrunken? Also sah jetzt halt nicht verletzt aus. Das sah jetzt nur aus, als wär das von jemand anderem. Da kann ich jetzt halt auch nicht viel mehr mitmachen, ne? Ähm. Ach, guck mal. Mein Rauch ist weg. Kann ich jetzt... Ähm. Okay. Wieso ist der umgefallen? Wieso ist der umgefallen? Hä? Was hat der Typ denn da in dem Raum gemacht? What the fuck? Äh. Äh. Der Schlüssel. Ah. Ja, mitnehmen. Äh. Und du bist... ...ne Feder. Nimm mich auch mit. Meditate? Ist das meditaten? Ist das speichern, oder? Was macht das? Oh. Okay. Und was mache ich hier? Und das finde ich jetzt gleich wahrscheinlich raus, aber... Oh. Ich bin mir nicht sicher, was mir diese Cutscene jetzt gebracht hat. Oder diese Kamerafahrt. Hat mir jetzt nicht viel mehr... ...erklärt. Vielleicht... Verdammt, von wo komme ich? Äh. Äh. Ich glaube von... ...dem roten. Also hier komme ich auf jeden Fall nicht her. Gehen wir mal da drauf. Ich hoffe man braucht da keine bestimmte Reihenfolge. Die sehen halt auch einfach alle ein bisschen zugleich aus. Okay, das ist verschiedene Jahreszeiten so wie es aussieht. Und... Und... Und was... Also ich könnte wahrscheinlich... Wuh. 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 Ähm. Was? Was? Kann ich mir in die andere Richtung laufen? Ah. Ärgerlich. Was war das jetzt? Kann ich dich aufheben? Nein. Find what? Hä? Wieso habe ich zweimal empty space? Aha. Da ist nochmal ein Feuer drin. Wo ist die Frau hin? Die mit mir gesprochen hat? Oder ist das quasi wirklich nur ne... ne Stimme die... ...un zusammenhängt ist? Äh. A spinning wheel. Was für ein Joke. Hab ich was verpasst? Ich habe das Gefühl, ich mache die falsche Reihenfolge. Aber ich hatte ja die... ...die Möglichkeit das zu tun. Ich halte mich mal so weit rechts wie... ...wie geht. Äh. Ne. Ohne springen würde das glaube ich nix. Right. Decoration. Ja, nehme ich mit. Ich nehme ich auch mit. Ach, Heimene. Das ist aber ganz schön dunkel. Bread. Breadcrumbs. Breadcrumbs, yes. Ähm. Okay, so kann man auch Licht machen. Nochmal Breadcrumbs. Warte. Hm, okay. Das könnte ich... Ich weiß nicht ob das da unten vielleicht reinpasst von der... ... Von der Tür. Aber ich bräuchte ja irgendwas, um den Rostung wegzumachen, oder nicht? Irgendwie ein... Weiß nicht, ein Eimer oder so? Man sieht den Rauch hier auch so schlecht. Hm. Zwei Magie scheinbar nicht. Achso. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich war im Frühling oder war ich im Sommer? Also ich glaube, ich habe halt eine Jahreszeit übersprungen und habe dadurch... ...irgendwie was verpasst, habe ich das Gefühl. So, dann schreibe ich mir das einfach mal an. Was ist das? Breadcrumbs. Was? Jörg's. O. Oh, he goes. Ich würde wirklich gerne was sehen. Ich hatte gehofft, dass das Feuer von draußen irgendwie mit reinkommt. Ja, halt die Klappe. Wieso ist das jetzt mit reingekommen? Aber... Tja. Ich bin ein Ashter. Oh nein! Oh, der Scheiß. Oh, scheinbar nicht. Ich glaube, der ist aufkargegangen. Sehr gut. Äh. Nochmal rausdunnen. Ah, okay. Die Decoration. Das ist auch nur... Achso, das ist quasi ein Hinweis, dass ich das brauche. Äh, die du was? Was ist die Duk? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Könnte vielleicht auch noch so ein Kranz sein. Big Bread. Mitnehmen. Ich bräuchte wahrscheinlich noch ein Zweifel. Wieso ist mein Feuer eigentlich schon wieder weg? Ist das nach einer Zeit einfach weg, oder? So, hier war noch ein Feuer. Ähm. Was ist das? Noch mehr Hausdunnen? Ja, mach mal. Genau. Tragisch. Das kann natürlich sein. Dann gehen wir zum Gate. Denk ich. Eb. So. Ach, da ist er. Da ist die Tür. Warte, was? Das geht echt nach einer Zeit weg. Das heißt, ich muss denen wieder helfen, ja? Noch mehr? Ich verstehe halt nicht, warum man so viele Flames da hinstellt. Lass die doch einfach automatisch bleiben. Das heißt, ich muss denen wieder helfen, ja? So. An arrow? Ach so! Ich hatte irgendwie an einen Bogenpfeil gedacht. Okay, also gegen den Uhrzeigersinn. Sehr gut. So. Brauche ich jetzt nicht. Ich nehme es trotzdem mal mit. Because why not? Das kann ich jetzt noch nicht machen. Wieso sind hier so viele Kerzen? Kann ich das benutzen? Hopp. So. Was für ein Puzzle? Oh ja. I forgot the household ghosts love them so much. Let's make a deal. If I solve your riddle, will you help the host of this house instead of bothering him? Oh ja. Tomowoy. Tomowoy. Aha. Stoom. Ehm. Number of turns. And win to the ride. Now your future will be bright. Count the puppies, divide them by two. Oh mein Gott. Tags to the rest! And you almost there from my point of view. At the end of time to die rounded. To celebrate your success with the light. Ist das dein Schuss? Ernst? Du glaubst doch wohl selber nicht, dass ich mir das merke. Schon wieder mein Feuer aus. Wer dachte sich, das ist eine gute Idee? So, wir haben bis jetzt vier Kürbisse. Ich erinnere mich, die durch zwei, aber ich weiß nicht mehr, die Reihenfolge. Ein Handpane, Plane und ich glaube zwei Horse Colors. Das habe ich gesehen. Das ist halt die Frage. Zwei, drei. Das müssten dann auch drei sein. Das ist noch ein Pumpkin. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und noch ein Horse Collor. Acht Pumpkins. Das heißt vier Pumpkins. Also vier Turns. Eins. Ich habe die Zahl einfach schon wieder vergessen. Oh mein Gott. Zwei. Drei. Ich glaube drei Planes. Acht Pumpkins. Und vier Horse Collors. Ich sage jetzt einfach mal Horse Collor. Da war noch was dazwischen. Das wird wahrscheinlich Planes gewesen sein. Und dann die Pumpkins durch zwei. Ich fange mit links an. Sehen wir dann, ob das... Oh mein Gott. Sag mir, ich muss das jetzt nochmal... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber warum sollte ich denn den Pfeil suchen, wenn der sowieso links vorgibt? Oh mein Gott. Ich kann nicht mal drücken jetzt gerade. Äh, okay. Warte mal. Wir haben... Vier Horse Collors. Vier Männer links. Eins. Zwei. Drei. Vier. Drei. Handplanes. Eins. Zwei. Drei. Wir hatten acht Pumpkins, das heißt nochmal vier nach links. Eins. Drei. Drei. Vier. Und dann nochmal einmal nach rechts. Ja. Ja. Was? Was für ein Egg? Maybe you heard something? They were talking about some cave, but all I'm interested now is sweeping the house in my long beer. Besides, it's kinda hot in here, and I'm bored with this conversation. Farewell. Was ist das dann? Was ist das dann? Das klingt halt immer so komisch, wenn man junge Leute alte Menschen sprechen lässt. Also bei den meisten Menschen liegt das halt einfach sehr komisch. So. Kann ich jetzt zurück zum... Ich meine, der Rauch ist weg. Das glaube ich ganz gut. Das kann ich glaube ich hier ins Feuer, ne? Glaube ich. Irgendwas fehlt noch. Ach, das Brot. Oder? Ist das Brot? Achso. Äh. Milch und Brot. Okay. Wollte ich das nur anklicken? Wahrscheinlich. Mein Licht ist schon wieder aus. Ich glaube, das reicht für mein Feuerchen. Yay. Okay. May you get well. Aber du mein Lieber. Du hast ein wunderbarer Wolle gemacht. Das Geräusch von Wolle. Erinnert mich an diejenigen, die nicht mehr mit uns sind. Es hat so viele Jahre seit ihrem Tod. Ich wirklich regrette, dass ich mit meinem Vater zusammengebracht habe. Ich erinnert ihn als ich jung war. Dann dachte ich, dass er verrückt war und ich ihn ignoriert habe. Aber jetzt, jetzt verstehe ich ihn. Der Schmerz der Krankheit mich befindet. Ich fühle mich, und ich fühle mich, dass ich sterbe. Er hat seine ganze Leben sterben, aber wenn er die Veles hat, er bleibt selbst. Ich sollte nicht zu Hause gehen. Diese Muschroo- Bleib ruhig! Diese Illness hat dich für so lange verletzt. Du musst vorsichtig sein. Wir haben nur uns selbst. Es ist ziemlich schwierig für mich, zu sehen, dass du deine Verlangen hast. Ich bin zu all den Herzen, aber es ist kein Verlangen. Obwohl, es gibt noch eine Verlangenheit, die ich gehört habe in der Vergangenheit. Ich sah ihn nur einmal, als ich jung war. In einem Ort, der mich erschreckt. Ein Meer, unter einem großen Ök. Da, ich kann eine Verlangenheit finden, die dir helfen. Ein Meer? Nein! 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 Mhm. Also, mir fehlt noch so ein bisschen die Connection zu den beiden. Darf ich, muss ich mich bewegen? Warte ich? Achso, ich warte. Okay. Ich glaube, ich habe so ein bisschen was übersprungen. Habe ich so das Gefühl. Huh. Okay. Dann, ähm, reicht mir das für den Test. Äh, bis zum nächsten Mal. Das ist schon geil. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Wir sind dabei. Ich bin dabei. Wir sind dabei. Ich bin dabei. und ich bin dabei. Untertitelung des ZDF, 2020